Das sind doch die Gebrüder Grimm, unsere Autorin. Oh, Papa? Ja, wir sind eure Väter und wir haben heute ein paar junge Leute mitgebracht, zu denen ihr so schlecht wart. Und da sind sie Aschenpudel, Kesseln und Kädel, Rotkäppchen, Rapunzel. Wir sind mit einem Ultimatum gekommen, wenn ich euch nicht sofort entschuldigt und nicht mit uns den Frieden schließt. Dann werden wir euch, Mösewichte, in den Märchen streichen. Dann gibt's auch keine Grimmsmärchen für Kinder mehr. Na, was sagt ihr dazu? Wir sind einverstanden. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne und diese Erde, auf der wir wollen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe und dass ich die Welt noch nie mehr verliere. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Aber lieber Wolf, warum hast du so große Augen? Oh, damit ich dich besser sehen kann, mein Kind. Das sind... Hallo, Papa? Hallo, Papa? Hallo, Mama? Hallo, Mama? Hallo, Mama? Hallo, Mama? Frau Frau, Generation? Das ist doch ein Problem, nicht wahr?